Welche Mannschaft hat die Spieler mit höherem Rating? Im Tor Manuel Neuer vs. Gregor Kobel, beide gleich 0-0. In der Verteidigung Mattis Delic vs. Niklas Süle, 1-0 für die Bayern. Leon Goretzka gegen Marco Reus im Mittelfeld, 2-0 für die Bayern. Und im Sturm Harry Kane gegen Yusufa Moukoko, 3-0 Sieg für den FC Bayern.